In Thüringen wäre das übrigens ein direkter Angriff auf den linken Ministerpräsidenten Bodo Ramlow. Der ist alles andere als begeistert, könnt ihr euch denken. Wenn sie wirklich ein Zeichen gegen die AfD und Herrn Höcke setzen will, könnte sie ja gemeinsam mit mir kandidieren. Ich bedauere, dass sie diese Idee nicht aufgegriffen hat und dass sie jetzt auf einmal einen ganz anderen Weg geht.